Und herzlich willkommen zurück zu... Craft the World In der eisigen Welt wieder Und... Ich bin herzlich darauf an einfach zu graben und ähm... Hier sind diese komischen Sekten Ich muss erstmal wieder ein bisschen klarkommen hier So eine 4... So erstmal wieder Ausrüsten nicht fertigen Holz haben wir ein bisschen Was das natürlich eventuell heißt Was ist das? 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 Ich dachte ich muss schauen Schwimmer und Fische haben wir Da haben wir nix Alles klar Baustein Baustein Was ist das? 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 Das ist immer das gleiche für mich Und weil ich auch die schnell die Lust dabei war Weil Es ist jetzt die letzte Folge rausgekommen Am Ich muss ja grad schauen Am 12. Das ist jetzt auch schon 5 Tage her Also Ja Ich muss halt immer Gefallen dran finden Und lange das nicht Das macht mir auch keinen Spaß Ich brauche das halt Ich brauche halt Es macht mir halt Spaß Man scheine fett Ähm Blätter haben wir Ein bisschen Kohle haben wir So habe ich noch keine Küche? Anscheinlich Packen wir sie doch mal ganz tollig da oben rein Da wäre der Shop wie viele Münzen Wir haben 22 Münzen Aber wir können jetzt Essen kochen Zack 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 So Was dachte denn unser Bruder? Also das wäre kochen Wir müssten eigentlich nur auf diese Gerüste kommen Da Das wäre einfach der Weg hier Ja Da müssen wir hier vorne erst freischalten Unterliegende Arbeit Töpfe Nägel Könnte ein paar Nägel herstellen Eisennetz Das wäre die neue Aufgabe Neue Zeug zum fertigen Holztüren Da brauchen wir Schlösser Da brauchen wir Schlösser Können wir noch ein Schloss machen Hab nämlich nicht mehr So Da halte ich was gerne Blätter sind immer gut Da kommt auch eine Fackel rein Da kommt auch eine Fackel rein Da ist Eisenerz Da ist Eisenerz Jetzt mal so schauen Gut Jetzt haben wir da noch Köhle Dann wäre es eigentlich schon interessant Da haben wir auch nichts für Schade Hier würden wir Blätterfiele bekommen, oder? Zack Zack Oben haben wir noch einen Stein verkommen Wo war denn das? Ach hier Das wollte ich nur weg machen Zack Erstmal alles weg holen Was denn noch da ist? Zack 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 Ach, die können nicht rausklettern. Ähm. Dann geht doch außen rum. Ne, mir ist gar nicht mehr schlecht. Ich auch ein bisschen Terrorzimmer. Schiss. Nein, es schneit. Die alten Rattenviecher. Klatsch. Jetzt wird er dran gekommen. Das machen wir erstmal weg. Komm ich da oben wenigstens rein. Ich muss noch alles weg. Okay, der macht Essen, das ist super. Hier, Ratte wegmachen. Was ist mit ihm denn los hier? Ich hab ein Buggy. Fertigen. Okay, ne. Das ist ja uninteressant. Siebenundzwanzig Sekunden noch. Zack. Suck. Ich weiß nicht, dass alles wegkommt. Au. Wenn, dann muss doch alles weg. Das auch. Jetzt ist die Frage. Wenn wir mal Kriegerbuch bekommen. Haben wir Krieger? Oh ja. Das haben wir. Wollen wir jetzt mal alles mit Stein. Nein, ich hab zu wenig Holz, meine ich. Das geht. 75 Stück. Was wird hier denn da los, ne? Aber wenn ich alles ebene. Sozusagen eine komplette Gradlinie. Hätte ich jetzt irgendwie noch keine Konstrukte gehabt. Weiß nicht, ob die da hochkommen. Ja. Na, geht weg. Weg. Weg den Käse. Unschützenbuch. Ja, wo ist jetzt das Problem? Wie viele Punkte haben wir noch? Wie viele Punkte haben wir noch? Okay, 53. Ist okay. Lassen wir. Dann bräuchte ich aber noch eine Klappe. Mach mal. Noch eine Leiter, noch eine Klappe. Obwohl. Warum machen wir das denn so? Wir könnten doch hier öffnen. Da. Jetzt mal auch eine Tür rein. Dann müssen wir ein Schloss bauen. Das wäre doch nicht das Problem. Dann. Tür rein. Das soll nicht eingeführt haben. Also. So. Vollsticken wir uns haben. Tür. Das war die obersten Reihen weg, mein Freund. Hier. Zick. Willst du hin? Nimm. Wo will der denn jetzt hin? Sag nicht, der will hier unten Terror schieben. Ach, da durch. Wollen wir gleich wieder die Grenzen. So. 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 mal hier. Du musst ja noch durch, Beeren zu essen. Aber ich kann dir auch was anderes bieten. Zack. Hey. Schnell, meine Freunde, holt den fetten Yeti.